Ich bin sehr froh, dass es die Stiftung Verbundenheit gibt, denn sie engagiert sich sehr stark für Völkerverständigung. Und in sogenannten Mehrheitsgesellschaften sind Minderheiten oft das Salz in der Suppe. Sie sind kein Störfaktor, sondern sie sind etwas, was die Mehrheitsgesellschaft bereichert. Unabhängig, ob das eine deutsche Minderheit in Polen ist oder die sorbische Minderheit in Deutschland. Man weiß einfach, dass in Gesellschaften gerade Minderheiten einen großen Beitrag leisten zu Vielfalt, aber auch zu Toleranz. Denn Minderheiten sind immer die Vorkämpferinnen und Vorkämpfer für Toleranz. Denn ohne Toleranz würde es Minderheiten in Mehrheitsgesellschaften schlecht gehen. Und dass die Stiftung Verbundenheit sich in diesem Sinne um Völkerverständigung kümmert, ist sehr wichtig. Das hilft an vielen Stellen und ich wünsche der Stiftung natürlich für ihre weitere Arbeit viel Erfolg. Denn Weltverbundenheit brauchen wir mehr denn je. Stiftung Verbundenheit